Wow! Das sind Flame, Flora, Marina und Skye. Jetzt, wo auch Skye ihre Fähigkeiten hat, werden wir endlich das Geheimnis der Windrose lüften. Vier Elemente beherrschen die Welt! Skye! Doch jetzt müssen die vier Schwestern die magische Windrose retten. Mit der Macht der Elemente werde ich die mächtigste Zauberin der Welt. Wir müssen die Quelle schützen. Bevor die vier sich gegen mich verbünden, werde ich natürlich Streit säen. Morgen Nachmittag ist das Halbfinale und da müssen wir hin. Ich bleibe hier. Aber es ist der Magic Trip immer zu viel drauf. Du bist so egoistisch, Play! Du bist egoistisch! Nicht aufregen, My Lady. Sie wissen, was dann passiert. Baxter, wir haben ein Problem. Vier Elemente. Wir hätten zusammenhalten müssen. Das ist nicht lustig. Wir halten fest zusammen. Halt! Jetzt reicht's! Ganz egal wie weit, wir halten fest zusammen. Na, auch über Glenda gelacht? Vier zauberhafte Schwestern. Hey, alles in Ordnung? Hi! 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 Bin ich jetzt wieder dran? Ich...